Sunshine Live im Interview Jetzt im Sunshine Live Interview, Tobi Romeo, schön, dass du da bist. Hallihallo, danke, dass ich da sein darf. Hi, freut mich. Du bist ja gerade auf großer Promotour. Ich bin auf großer Promotour, ja. Deswegen zu Beginn dieses Interviews, ganz wichtig, welche Frage kannst du nicht mehr hören? Das heißt, was soll ich dich nicht fragen? Guck mal, das ist meine erste Promotour, also du darfst gerne alles stellen. Also wirklich, ja, was immer du willst. Also es gibt nichts, wo du dir denkst, oh, das hat mir jetzt hier zum 5 Mal gesagt. Einfach raus damit. Okay, einfach raus damit. Sehr gut. Du kommst aus Salzburg. Ganz genau, ja. Ich muss selber zugeben, ich war diesen Sommer nur für, um in den Fernbus nach Italien zu steigen in Salzburg. Da sieht man nichts. Ich habe nichts gesehen, das heißt, sag mal, was sind so die Top 3, die man vielleicht in Salzburg gesehen haben sollte? Auf jeden Fall die Festung, also die Burg. Das ist super unique. Ich glaube, so ein Mozart-Geburtshaus ist auch was, was man sich ansehen sollte. Und die Getreidegasse im Generellen. Das sind so die drei Sachen, die ich jetzt empfehlen würde, wo man hingehen soll. Warum Getreidegasse? Was ist da besonders? Ja, das ist so diese, das ist die Straße halt einfach in Salzburg. Das ist auch die Straße, wo das Mozart-Geburtshaus drin ist. So, da findest du auch einiges zum Shoppen und so. Und das ist ganz geil. Machst du hin. Okay. Und musikalisch gesehen, wie ist denn so die elektronische Musikszene in Salzburg und in Österreich allgemein? Kaum existierend in Salzburg, würde ich jetzt sagen. Salzburg ist richtig schlecht eigentlich, was so Szene anbelangt. Österreich geht, also wir haben halt ein paar Festivals so. Electric Love Festival zum Beispiel. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sein, ich mag Deutschland eigentlich lieber. Zum Auflegen. Mhm. Ja. Und wie ist es dann für dich passiert, dass du quasi so dann trotzdem eintauchen konntest in diese Szene und dich dann für die Musik interessiert hat? Hat da Soundcloud auch eine Rolle gespielt bei dir? Indirekt auf jeden Fall. Also Soundcloud, mit Soundcloud hab ich halt so angefangen. Ich kann mich noch erinnern, damals war es natürlich, ja klingt jetzt super Klischee, aber es war Martin Garrix mit Animals natürlich. Das war halt so der ausschlaggebende Moment, wo man dann gemerkt hat, okay, man muss gar nicht erwachsen sein, um DJ sein zu können. Und gleichzeitig gab es halt bei mir in der Nähe auch immer so, also ich wohne ja direkt, nicht direkt in Salzburg, sondern am Land. Und da gibt es immer so Zeltfeste, die so veranstaltet werden, so mit 3000 Leuten oder so. Und ich wollte da halt immer hin, ich war aber natürlich 12 und viel zu jung, da hinzugehen. Und dachte so, wenn man DJ ist, dann kann man da ja trotzdem rein. Und dann wurde ich DJ. Um auf dem Zelt fest aufzulegen. Ja, so natürlich, also einfach, ja so ein bisschen, das hat alles so zusammengewirkt, würde ich behaupten. Ich glaube gar nicht, dass da diesen einen Moment gab, wo ich so gesagt habe, so und jetzt, den gab es glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach die Summe aus allem. Es gab ja zumindest diesen einen Moment, wo du so auf der Bildfläche aufgetaucht bist, mit auch Erfolg. Und das war deine Connection zu Felix Jehn. Ja. Wie kommt man denn an Felix Jehn ran? Die Story ist super lustig. Also wir waren beide gebucht auf einer Veranstaltung in Italien, also Südtirol war es. Und ich habe halt unmittelbar den Slot vor Felix gehabt. Und jeder, der so ein bisschen mit der Szene behaftet ist, weiß, dass so ein Abend natürlich vom Energielevel her eine klare Dramaturgie braucht. Also der Warm-Up-DJ fängt halt ziemlich soft an und so dieses Energielevel steigert sich bis zum Headliner hin. Ich habe halt vor Felix gespielt und so jung, wie ich damals war und unerfahren, habe ich halt einfach mein Ding gemacht und habe halt super energetisch gezockt. So richtig Festival-Mucke, was man natürlich jetzt nicht unbedingt macht vorm Headliner. Hat keine 20 Minuten gedauert, bin ich von der Bühne geworfen worden vom Felix-Team. Ja, bitter, bitter, aber die pure Wahrheit. Und ich habe halt dann die Gelegenheit genutzt nach Felix Z, dass ich zu ihm hingehe und ihn anspreche. Und ich habe so gesagt, yo, ich bin übrigens der DJ, den du gerade von der Bühne geworfen hast. Und da war er so, yo, es tut mir voll leid, tut mir voll leid. Und schlussendlich habe ich dann gesagt, yo, schenk mir 10 Minuten deiner Zeit, damit ich dir zwei Demos vorspielen kann. Und dann ist alles wieder gut und gesagt, getan. Und dann ging es ziemlich schnell, hatte ich seine Handynummer auf jeden Fall am Start. Und so kam das zustande. Und dann haben wir halt so die ganze Zeit Demos hin und her geschickt, immer ausgetauscht. Und bis dann Where the Lights Are Low entstanden ist. Krass, aber das muss man sich dann auch erst mal trauen. Auf jeden, ja. Also keine Ahnung, warum ich mich das überhaupt getraut habe. Weil normalerweise bin ich auch eher so ein zurückhaltender Typ so. Aber ja. Zwei Bier und dann ging es. Ja, ganz genau. So war das. Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber da hast du mich ertappt. Hast du so ein bestimmtes Ritual, bevor du auf die Bühne gehst? Nicht wirklich. Ich bin da nur immer super nervös. Ich bin immer super nervös. Also ganz egal, ob da 20 Leute stehen oder 50.000. Das macht keinen Unterschied. Ich glaube, das werde ich auch nie los. Ich bin einfach immer super nervös. Hast du auch einen Grund, warum du so nervös bist? Also ist vielleicht auch mal irgendwas richtig schief gegangen? Nee, eigentlich gar nicht. Man ist nur so. Ich glaube, das ist halt einfach so der Druck, den man kriegt von der Erwartungshaltung der Leute. Die erwarten sich halt die Supershow. Und wenn halt aus Umständen ein Abend vielleicht mal nicht so gut ist oder so oder nicht so super einfach zu spielen ist, dann macht man sich da halt, glaube ich, einfach selbst immer Druck. Und ich bin auch so ein kleiner Perfektionist. Da muss immer alles sitzen. Und ich glaube, das macht mich nervös vor Shows. Hattest du dann mit dir selbst, wenn du von der Bühne gehst? Oder kannst du es dann genießen? Nee, ich kann es dann schon genießen. Sobald dann mal Play gedrückt ist, ist das alles weg. Und dann geht es ja eh los. Okay. Und Play drücken können wir auch zu deinem aktuellen Song. Hey, nice. Crazy Love, dein aktueller Track. Ganz genau. So, und dann gleich mit Weiß und Leonie. Wie ist denn diese Collab entstanden? Ich war, das war 2019, glaube ich, mit Felix Jen in Berlin unterwegs. Und wir sind dann einfach wirklich random bei Vitali, also bei Weiß, im Studio vorbeigegangen und haben da mit denen ein Käffchen getrunken und Leonie war eben auch da. Wir haben uns super gut verstanden von Minute eins an, haben dann Nummern getauscht und sind dann einfach stetig in Kontakt geblieben und haben immer wieder auch Songs hin und her geschickt. Und jetzt vor ein paar Monaten hatte ich eben die Crazy Love Idee und die Produktion und ich habe die einfach Leonie dann rüber geschickt und die hat die Idee so krass gefeiert, dass die direkt gesagt hat, jo, da will ich drauf, lass uns gemeinsam machen damit. Das heißt rüber geschickt, du schickst einen Beat oder schickst du gleich auch so eine Melodie, wie du dir vorstellst, wie sie dazu singen könnte? Ja, genau. Also die Melodie gab es da schon. Instrumental war eigentlich fertig und wir haben so nach der richtigen Stimme gesucht, die da drauf passt und wer passt da besser als Leonie natürlich. Also die Stimme ist krass, kann man nicht leugnen, die ist einfach super. Und ich bin richtig froh, dass wir jetzt endlich einen Song gemeinsam haben. Ja, die ist Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, auf welchem Song ist die Frau nicht drauf? Voll, ja, die ist überall im Moment. Ich frage mich, wie sie es zeitlich schafft. Ja, das frage ich mich auch. Kurz zu deiner musikalischen Vita. Spielst du denn noch Schlagzeug? Ne, ich habe noch nie Schlagzeug gespielt. Nur gepostet damit. Ja. Frech. Also guck mal, ich spiele viele Instrumente einfach so ein bisschen so, weißt du so. Also man jampt halt so rum. Ich hatte sechs Jahre lang Piano-Unterricht und, nee, Blödsinn, sechs Jahre Gitarrenunterricht und vier Jahre Klavierunterricht. Aber spiele ich beides nicht mehr aktiv, weil ich nie der Typ war, der so irgendwie Bock hatte auf Theorie und Noten lesen und so. Das war nicht meins. Ich bin einfach so ein Dud, ich setze mich da hin und will einfach spielen. Genau. Und mit was für Equipment machst du das? Also ich bin immer so ein kleiner, es interessiert meistens keine Hörer, aber es interessiert immer mich persönlich, mit was für tationischen Dingen die Leute im Studio so rumjammen. Ich habe so ein Stage-Piano von Yamaha. Genau. Mit dem mache ich eigentlich alles. Aber aktuell habe ich das nicht mehr mehr. Also weil das einfach zu viel Platz wegnimmt. Ich bin dann auch so ein Typ, der, ich klicke einfach diese Midi-Noten ins Programm rein. Da brauchst du ja nicht unbedingt noch ein Piano. Du musst es ja nicht aktiv einspielen, sondern du kannst es ja einfach reinzeichnen. Glück gesagt, ja. Und was gibt dir so Inspiration? Alles. Alles. Ich glaube, das ist einfach die Summe. Inspiration ist einfach die Summe von dem, was man tagtäglich halt einfach erlebt, was bei mir glücklicherweise gerade ziemlich viel ist, was ich erleben darf. Wir kommen extrem viel rum zur Zeit, fliegen auch heute noch nach Saudi-Arabien. Und ich glaube, das ist einfach so, wie gesagt, einfach das, was du im alltäglichen Leben halt einfach aufschnappst. Ich glaube, das inspiriert einfach. Du erinnerst mich gerade ein bisschen an Joel Corey bei seiner ersten Promotor. Ja. Der hatte auch so Bock und war motiviert und hat gelabert, was das Zeug hält. Cool. Und dann sieht man so jemanden dann ein Jahr später irgendwie mit Ibiza Residency und mit Tracks gemeinsam mit David Guetta. Ja, ja. Und so Leuten gönnt man das richtig. Also, du weißt, was jetzt auf dich wartet. Du, ich gebe mein Bestes. Ibiza Residency und ein Track mit David Guetta. Mal gucken. Beschwöre es. Ja. Okay. Fingers crossed. Allerletztes habe ich noch, dass du ja ein Millennial bist. Ich bin ein Millennial, ja. 2000 geboren. Ganz genau. Was sind so deine Kindheitserinnerungen, was so Serien angeht? Serien? Ich weiß nicht so. Was hast du so als Kind? An was kannst du dich erinnern? Ich bin so ein Mensch, ich kann mich halt an die Gummibärenbande erinnern. Boah, ja, liebe ich. Habe ich auch geguckt. War das auch noch ein Ding? Ich habe immer keine Ahnung. Wie heißt dieser Typ da die ganze Zeit? Ach, typisch Andy. Typisch Andy. Kennst du typisch Andy noch? Klar, habe ich auch immer geguckt. Das ist eine große Pause. Ja, liebe ich. Liebe ich. Ey, so schade, dass es nicht mehr läuft. Du warst also ein super RTL-Kind. Ich war ein super RTL-Kind, auf jeden Fall, ja. Nicht so viel Kika. Ja, Kika aber auch. Warte mal, da gibt es, was gab es da? Haus Anubis oder so, glaube ich. Ja, genau. Ja, ich habe alles durchgeguckt eigentlich. Okay. Was war gerade so lief. Und musikalisch, was hörst du selber gerne privat? Alles, alles. Ich bin ein richtiger Crow-Fan. Ich finde die Crow-Alben auch immer so. Ich habe, es sind die einzigen Alben, die ich runtergeladen habe, weil ich sie mir unendlich oft anhören kann und die werden einfach nicht langweilig für mich. So ist es irgendwie krass. Und sonst eigentlich wirklich, also querbeet durch. Ich liebe zum Beispiel auch Post Malone. Habe ich einmal live gesehen, seitdem schwer beeindruckt. Aber auch Nina Chuba. Alles. Also wirklich, ich setze mir da keine Grenzen. Also ich merke, du bist eher im Hip-Hop-Genre unterwegs. Nee, gar nicht. Ich höre aber auch so elektronische Musik privat. Aber ich dachte nur so, das ist jetzt das, was natürlich nahe liegt, dass ich mache. Kann man mal die anderen Beispiele droppen. Habe ich ja genauso Tech House die ganze Zeit. Naja, es ist ja oft so, dass wenn man das dann quasi beruflich macht, dass man dann privat eher was ganz anderes hat. Ja, ich glaube auch da saugt man sich so ein bisschen Inspiration auf. Wenn man eben in seiner Craft nicht limitiert ist, sondern einfach auch so genreübergreifend vielleicht auch mal denkt und andere Influencers irgendwie einbaut in die Sachen, die man macht. Sehr schön. Möchtest du ganz zum Schluss noch was loswerden? Aha. Ich danke euch für den Support. Das ist immer gut.